Allein, 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 ich bin allein, 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 wenn man denkt, das wäre viel cooler, wenn man das macht, aber es ist einfach nicht cool, ich öffne eine Box, oh fuck, heiße ich wirklich, I like pain senpai, what the fuck? Guten Tag meine Freunde, der Leichter und Zeichen und Seid und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Try Jump, dem einzigen Spielmodus fast auf der Welt, den man noch spielen kann, heute in der Pro Gaming Version, ich werde heute probieren, so wenig Fehler wie möglich zu machen und hier so schnellstmöglich durchzukommen, wie es mir nur möglich ist, ist es mein fucking, ist es mein Ernst, ist es mein Ernst? Ist es mein Ernst? Also okay, man kann ja auch langsam anfangen und dann sich steigern. Warte. So. Piese Piese. So, let's go. Heute werde ich alles daran legen. Ich probiere echt einen Tryhard zu machen und am Ende auch alles zu rasieren. Und wenn ich es nicht packe, dann packe ich es halt nicht. Ich dummes Stück. Ich hasse den Sprung so sehr. Ich hasse es so sehr. Ich kann es euch gar nicht sagen, aber ich probiere es jetzt nicht meckern. Tryharden ist angesagt, so. Okay, alles easy. Das beinhaltet natürlich auch, dass ich heute mal ein bisschen mehr meine Fresse halte. Aber, sagen normalerweise immer, wenn ich sowas mache, 80% meiner Zuschauer, sehr nice. Tritt seine Fresse. I like that. Okay, alles gut. Guck mal, Glub. Hallo, Glub. Guck mal da drauf direkt. Ich probiere es. Nein, kann man nicht. Ich habe schon nur Luft gemerkt. So. Kenne ein paar leider noch nicht. Was ist denn das für ein? Ist das ein Tumor? Pufi? Was? Okay. So. So. Dann auf Glub. Und von Glub's Hall. Und von Glub's Hall. Einmal da. Rüber. So. Immer noch scheiße. So. Das machen wir dann nicht. Plan. So. Hätte man auch direkt mal weiterspringen können. So. Und wieder eine größere Tragödie draus gemacht, als es ist. Och, nicht dein Ernst, Mann. Alles klar. Alles klar. So. So. Oh Gott, ey. Da jetzt rein. Aber dann muss man halt einfach nur perfekt reinspringen, ne? So. Okay. Okay, gut. Gut. Wie gesagt, ich bin der Pandamann. Schlage mich hier leider nur mittelmäßig. Obwohl ich echt probiere. Das ist alles. Das ist alles, was ich geben kann. Och, ich bin so ein dummes Stück. Ich bin so ein dummes Stück. Ich hasse mich. Ich hasse mich. Entschuldigung. Aber vielleicht. Manchmal auch nicht immer der. Oh Gott. Da stehen zu bleiben war so dämlich. Och, jetzt habe ich das verkackt. Jetzt habe ich das. Oh Gott, jetzt habe ich das. Oh Gott, ich bin so ein. Ich bin. Oh Gott, ich bin so ein. Oh Gott, mehr geht nicht. Mehr geht nicht, Leute. Also mehr geht bestimmt, aber. Ach, verdammt nochmal. Verdammte Axt. Shit. Verdammt, okay. So. Ist das auch Eis? Doch ist es, aber halt nicht schlimm. So. Okay, den kenne ich glaube ich. Das ist so ein Part, wo ich immer sage, den kenne ich eigentlich nicht mehr. Aber den habe ich bestimmt schon ein paar hundert Mal gemacht. Okay. Okay, und. Okay, alles nice. Gut, jetzt haben wir glaube ich ganz gut, ich würde gerade sagen, aufcatchen können. Aha, die Jungs da vorne legen echt immer nochmal ein Stückchen da drauf. Oh Gott, ey. So lange keine vernünftigen Leitersprünge mehr gemacht oder geübt. Oh, ich hasse sowas. Ich hasse es. Ich glaube, das muss ich, ich glaube, das muss ich absichtlich failen, weil ich einfach diese Sprünge hasse. Okay, nice. Okay, nice. Boah, ich bin so im Tryhard-Modus so übertrieben, ey. Ich glaube, das ist jetzt auch schon fast eigentlich ein neuer Rekord von mir. Oh Gott. Oh, ey. Dann noch auf diesem Ice-Jump. Wie übel asozial ist das denn? Oh Gott, das ist mein Ernst. Oh Gott. Ich will keine Mini-Rückleih. Dankeschön, PC. Genau, wo ich sage. Hört er mir auf. So, das bleibt natürlich. Ist aber auch alles unmachbar. So. So. Das ist natürlich crazy shit, ey. Boah, wie übertrieben entspannter das wird. So. Zack, das ist ja schon auch neun. Let's do this. Let's do this. Ich wette, da kriegen wieder alle die Kretze. Höchst wahrscheinlich jetzt hier, wenn ich sage, ich probiere schon, mein Tryhard zu machen. Und dann alle so, ich bin trotzdem noch besser als du. Das ist auch vollkommen okay, Leute. Ich habe nie gesagt, dass ich gut bin. Nur gesagt, dass ich probiere, gut zu sein. So. So. Das haben wir da geregelt. Oh Gott. Oh, ich hasse den Part. Ich glaube, ich muss es failen. Ja, okay. Das war jetzt nicht unbedingt absichtlich. Aber ich mag den Part einfach tatsächlich. Weil ich finde den super schwierig. Ach, oh Mann. Der eine Typ bietet mich jetzt hier, wenn ich schon ernsthaft probiere. Ach, das war das Ding. Das finde ich so schwierig. Also das ist alles fein hier drunter. Besonders jetzt, wenn es easy ist natürlich. Aber hier gibt es einen Jump, genau. Da bin ich nicht der größte Fan von. So. Den hier. Den finde ich Horror. Oh, nice. Okay. Und. Perfekt. There we go. Wenigstens schon mal sexy zu Ende geführt. Zweimal, glaube ich, Parts verkackt. 250 Riemen aber extra. Ich glaube, das ist mein Rekord. Ich glaube, original, das ist mein Rekord. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel. Schauen wir mal. 2700 ist safe call mein Rekord. Also das kann ich jetzt schon sagen. Ich gönne mir Eisen so. Habe ich, glaube ich, jetzt ein bisschen verschwendet. Irgendwas war. Ich muss mir dringend mal einfach merken, welche Sachen da den gleichen Wert haben. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich verzauber das. Dann kann man nämlich gut Geld sparen. Ihr werdet mir das jetzt zuhauf wieder schreiben. Von daher sage ich jetzt schon mal, Dankeschön. Guckt aber bitte, ob das schon jemand geschrieben hat. Welche Teile man durch Kette ersetzen kann. Und schreibt bitte nicht wieder 100 Mal das Gleiche. Das wäre ganz sweet. Und einfach den Daumen nach oben geben, wer es jetzt als erster geschrieben hat oder so. So, schauen wir mal. Jetzt haben wir ein dickes Schwert gemacht. Dann noch einmal das dazu. Dann sollten wir eigentlich ganz passabel aufgestellt sein. Das ist ja keine Teamrunde. Dann noch ein bisschen Nahrung. Oder einfach nur ein Apfel. Ne, ich muss ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich gehe da lieber auf die Kombo. Essen. Oh Gott. Na gut. Gerade noch rechtzeitig. Meine Güte, das war so jetzt. Knappes Bierchen. So. Er da runter. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen schauen. Weil Dreier-Scharpnis ist halt schon ein fieses Ding. Wie gesagt, das waren jetzt einmal Fall-Damage. Ach komm, ey. Das wird sein. Dein Ernst? Das wird sein. Jetzt ist ein bisschen Regeneration drin. Wie lange hat man die? 5-6 Sekunden. Auch nice. Jetzt hat er halt Regeneration. Aber trotzdem. Wie gesagt, Sharpness 3 ist... Is a bitch. Ne? Sagt man zwar nicht das Wort, aber... Da ist er wieder. 1, 2... 3... Ja, okay. Also mit ein bisschen Fall-Damage. So vier Schläge sollten es dann eigentlich immer sein. Ist alles noch sehr, sehr machbar. Okay. So, komm wieder her. Du, Digga. Ich habe Regeneration. Alles easy. Du nicht. Oh, da gönnt er sich. Da gönnt er sich. Jetzt sind sie aber weg. Er ist aber auch, glaube ich, sein letztes Leben. Robert, jetzt kann er mich da ganz gut gepaiselt. Ob ich einfach gar keine Essen verliere. Was zur Hölle? Richtig merkwürdiger Shit. Gut. Gut. Wie war das schon mal? Hat er was Geiles? Geiles. So, das ist ein Knockback. Jetzt verliere ich das erste Mal Essen. Ist ein Stärke-Träger drin oder warum? Bist du so mit Glänzen? Okay, nice. Perfekt. Alter, übelste Zerstörung. Komm, 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 komm. Den kriegen wir noch, so. Er sneakt einfach nur noch. What the fuck, Alter. So, nice. Er kommt immer noch nicht rein, obwohl ich halt gerade angegriffen wurde. Super unklug von oben auch. Alter, mit dem Knockback des Todes, Junge. Wie ich hier rasiert habe. Sandpye. Ist am Start und Fruchtflieger anscheinend auch. Keine gute Idee. G zu dem G. 10 Kills. 2700 Coins, Alter. Das war eine ganz passable Runde von mir. Hab zwar im Jump'n'Run-Zeit immer noch ziemlich versagt, aber man sieht, es reicht deutlich aus im Deathmatch, um da alle wegzuhauen. 10 Kills waren das, glaube ich, jetzt. Ich habe nicht ganz auf den Chat geachtet. Von daher, Dankeschön fürs Zuschauen. Das war cool. Das war first try. For real, siehst du. Das war richtig krass. Gut, und dann sehen wir uns, glaube ich, beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Wenn ihr neu dabei wart, lasst ein Abo da. Ihr kennt das ganze Prinzip. Bis dahin mit dem zweiten Video. Ja, das ist ganz toll. Vielleicht streame ich heute Abend Overwatch. Aber ich bin mir nicht sicher. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber vielleicht schon. Aber vielleicht nicht. Guckt auf Twitch vorbei. Irgendwann 20 Uhr. Ich werfe eine Uhrzeit in den Raum. Wird vielleicht eh nix. Also höchstwahrscheinlich. Tschüss, bis dann.